Sie können mir vielleicht meine Sicherheit garantieren, aber was habe ich davon, wenn mir hier jemand anderes die Kähne durchschneidet? Falls das passieren sollte, ich weiß, okay, es ist dumm gelaufen, aber diese Person wird hundertprozentig bestraft. Ja, da habe ich nichts davon. Das ist eine Bombay-Bombäer. Das ist ein Arabisch. Ich denke, es ist ein Schlaver, das ist eine Franchisse? Definitiv. UNTERTITELUNG Die Menschen haben nichts zu tun mit dieser Religion. Und ich denke, es hat einfach nur sie verletzten. Weil mein Argument war, dass sie nichts zu tun mit Islam hatten. Es ist ein Wahnsinn, eine complete Insanity. Abonniert jetzt auf iTunes.